Ich dachte, ich bin Simba und mach mit, ich bin leider ein bisschen zu spät. Das ist nicht schlimm. Macht euch Spaß mit Jo-Marie. Das ist doch so ein bisschen unentschlossen. Jetzt nehmen wir langsam mal die Handbremse raus, es ist schon fünf nach zwölf. Habt ihr Bock auf noch mehr von Jo-Marie? Das klingt doch schon viel besser. Jo-Marie, du hast schon mal vor einem ausverkauften Stadion quasi gesungen. Was war das für ein Gefühl? Das war ein absolutes Hammergefühl. Ja, besser geht es gar nicht. Es ist jetzt schlecht eigentlich, das zu sagen. Aber hier ist es auch cool, oder? Hier ist es noch viel cooler, ich habe ja nicht gesagt. Hier ist es super geil, wenn man das sagt. Also ich finde, es macht sehr viel Spaß hier in Duisburg. Respekt auch für die, die gestern schon da waren, bei dem Regen trotzdem so eine gute Laune. Das war echt richtig cool, oder? Das war richtig cool. Und wie machen Sie heute so mit? Super, super, super. Ich bin ganz doll stolz auf dem. Ein Applaus für euch. Mega. Du machst eigene Songs, du singst Songs, was macht denn mehr Spaß? Also kann man eigentlich gar nicht richtig sagen, aber es ist schon ein anderes Gefühl, wenn man seine eigenen Songs nimmt. Es macht genauso viel Spaß, würde ich sagen. Aber mitmachen können die Leute ja besser bei Songs, die sie kennen. Genau. Und du hast auch eine Facebook-Seite und diese ganzen anderen Social-Media-Kanäle. Viele, viele Likes, über 23.000. Wer hat denn schon Jo Marie's Facebook-Seite geliked? Ja, von mir. Da ist noch ein bisschen Bedarf. Sehr gut, gerade eben ist genau richtig. Das hört sich gut an. Das kann man jetzt noch nachholen. Hat denn von euch jemand zufällig eine Frage an Jo Marie? Es ist ja gut, wenn wir alle Fragen beantwortet haben. Man kann es sagen. In welchem Stadion machst du so? In welchem Stadion machst du so? Signal in Dünnerpark. Das kennt man, das ist Bayern. Oh nein, das ist nicht Bayern. Das ist aber auch nicht Hamburg, oder? B4B. Was ist das? Lassen wir es einfach mal so stehen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Also ich weiß es vielleicht. Ich will ja jetzt auch nicht zu viel verraten. Genau.